Gereizte Magenschleimhaut? Sidroga Käsepappel-Tee setzt auf die Kraft der Halbpflanze. Die in den Blättern der Käsepappel enthaltenen Schleimstoffe haben einen beruhigenden Effekt bei Schleimhautreizungen. Entdecke auch du die 100% pflanzliche Hilfe. Käsepappel-Tee im echten Sidroga Wirkstofftresor. Nur in deiner Apotheke. Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in dem genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker.